Hallo meine lieben Freunde, also herzlich willkommen zurück zu Uncharted. What the fuck? Okay, dann stirb halt einfach. Sprinte mein Freund. Kann ich den jetzt hier überhaupt noch kaputt machen? Ich glaube weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Oh mein Gott. Okay, das war ein interessanter... Wie läufst denn du? Das ist doch kein Sprinten. Deswegen bist du auch immer abgestürzt mein Freund. Langsam, Cowboy. Das ist Twist am Korn am Dog. Was zum Teufel machen sie hier? Denken sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte, sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Ich muss mich jetzt erstmal... Kann ich den erstmal gezielt hier ausschalten? Wie wär's? Na, ihr habt ja schon geschrieben. Es kommt sehr oft zu Schießereien. Oh, da ist er noch. Weißt du, da denkst du, machst du einen eingezielten Headshot? Oh, Vorsicht! Jo, what the fuck? Alter, ich hab doch keine Shotgun. Wie ist denn er jetzt gerade weggeflogen? Na, komm, komm ruhig her. Komm ruhig her. Komm, 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 komm. Hau da jetzt echt ab. Ist das dein Ernst? So, die Munition nehmen wir natürlich mit. Hallo? Aufnehmen? Danke. Wo bist du hin? Na, ne, ist aber echt so. Also... Kräft doch einfach an. Nahkampf. Boah, geil. Einfach von hinten drauf und genit gebrochen. Und na, AK. Jetzt geht's hier aber ab, Mann. Ich bleibe aber erstmal bei der Pistole. Also noch, denke ich nicht, sollte das nötig sein. Na, da kommt sie doch im Leben nicht hin. Komm, den machen wir auch nahkampftechnisch kaputt. Was? Boah, Superman Punch. Boah, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, der kriegt tot. Wow, 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 wow. Ja, oh doch. Ganz ruhig bleiben. Ich müsste den doch perfekt treffen. Ah, verdammt. Okay, so kann ich natürlich auch Munition verschwenden. Das sollten wir mal etwas besser machen. So, der war gut. Hat hier nicht gerade irgendwas geleuchtet? Doch, da leuchtet doch was. Uh, ein Schatz gefunden. Goldenen Inca-Pokal. Jawohl. Mein erster Schatz. Also, immer wieder schön schauen. Überall da, wo es leuchtet, da kann man was... Wow. Alter, egal, wo du bist. Es wird einfach nur geschossen. Das bringt mir hier wahrscheinlich noch nicht so viel. In Ordnung. Wo war der Dude? Wer hat denn da geschossen? Ja, du läufst einfach vor. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Du stehst genau im Weg. So, aber hier nicht. Pah. Gut erwischt. Und weiter. Schön auf die Treppen schmeißen. Ah ja, hier waren wir ja schon mal. Unsere Lieblingsstelle aus dem Ende von Part 2. Oh oh. Oh, ich hasse es denn, wenn er automatisch auf den Boden zielt. Er sollte automatisch nach oben zielen. Oh, oh tschüss. Aber das tut er irgendwie nie. Lange Geschichte. Später. Okay, also ich halte die Waffe mal lieber gezückt, ne? Ah, er hat zwei mal nachladen. Okay. Hier kommt bestimmt jetzt auch gleich wieder einer. Nein? Von hier schon mal eine gute Aussicht holen, oder was? Vorsicht, nicht da runterfallen. Werde ich nicht so scharf drauf. Oh, war doch klar, dass der gleich wieder kommt. Oh oh. Puh. Jetzt mal wieder kurz erholen. Scheiße, ey. Schon aufs Feuer schießen. Ah, was ist das? Eine Granate! Au. Oh, diese Penner, ey. Weißt du, jetzt haben wir diese Granaten auch noch. Wie sie aber immer zurückfliegen. Ach ja, mit dem Analogstick schießen, ey. Das bin ich aber auch nicht mehr gewohnt. Ach, sie hat auch mal einen getötet. Sie kann ja doch was. Na, Gott sei Dank. Oh, da hinten ist schon wieder einer. Heilige Scheiße sind da viele von denen. Dann schon wieder dieses automatische auf den Boden gucken, ey. Das macht mich wahnsinnig. So, ich kann die Munition jetzt hier echt gut gebrauchen. Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Ah, mit mir doch nicht. Warum ist jetzt hier zum Beispiel so ein Leuchtfeuer-Ding? Ist das einfach nur zum Spaß, ja? So, wo gehen wir denn jetzt lang? Gehen wir hier wieder hoch? Naja, vermutlich, oder? Puh, wo gehen wir überhaupt denn? Meine Action ist ja, ist ja, ist ja geboten, ne? Da kann man ja nicht meckern. Waaah. Komm, denn auf den Start. Eieieieieiei. Puh, das hätte eventuell auch schief gehen können. Scheiß Granaten, ey. Die sind ja mal richtig hässlich. Oh, wer will es denn jetzt schon wieder wissen? Der da unten. Na, komm her. Ah. Ich muss mich echt an die Steuerung wieder gewöhnen. Ich hätte vorher Timesplitter spielen müssen. Und wäre... Dann wäre ich jetzt wieder richtig gut, aber... Mann, ey. Granaten sind ja völlig hässlich. Kommt raus. Nicht immer nur so ein Zentimeter, verdammt. Was macht er denn jetzt? Der soll sich dahinter verstecken. So. Headshot. Ähm... Ja, da müssen wir sogar rüber. Das passt sogar. Ja, einziger Vorteil ist, nachdem es ja auch hier immer so viele Gegner gibt, kriegen wir auch immer gut Munition, ne? Hallo, hast du die jetzt hier aufgesammelt? Oh, schon wieder? Hätte ich ihr fast in den Kopf geschossen. Okay, jetzt greifen wir mal zu den härteren Mitteln. Da oben? Was? Okay, so komme ich da nicht ran, aber... Verflucht erst. Er muss down. Oh, sie steht ja genau da, wo ich sie gerade nicht haben will, ne? Ist das überlebt er? Wollte schon sagen, Alter, wie viel hält denn der aus? Okay. Munition, 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 Munition. Ach, ich habe schon zu viel, oder was? Puh! Also, ich habe schon Limit, was Pistolenmunition angeht. Na, geht's jetzt hier endlich raus? Komm schon. Aber sicher sind wir noch lange nicht, wollte schon sagen, ey. Fuck, schon wieder von jeder Position. Alter, sind das viele. Ich hätte gedacht, dass der ganze Part nur aus Schießereien besteht. Ich wusste ja, ihr habt es geschrieben, aber... Also, dass viel geballert wird, aber so viel? Ist der andere da hinten down? Da ist immerhin unser Wagen. Vielleicht hilft das. Okay, sie hat es hier wohl auch erledigt. Naja. Gut, dass du ein bisschen zu was Nütze bist. Ab in den Wagen und weg hier, ey. Weil die paar Blätter auf dem Wagen auch irgendwas helfen. Also, beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK 2642. Haben sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn sie den Schatz gefunden haben, brachten sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und sie kriegen, was auch immer sie eben suchen. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden sie mir was. Ich schätze, das tue ich. Tja, meine lieben Freunde, das Leben ist kein Ponyhof. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado. Und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Na klar. Was zum Teufel war das? Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie geil die Grafik ist für 2007. Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt es hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen. Ich funktioniere die noch. Das werden wir gleich wissen. Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst zählst bis fünf und siehst die Leine. Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Oh! Oh! Wir sehen uns unten! Ich komme gleich nach! Ja. Okay. Oh! Das mache ich hier! Nö! Nö! Okay. Man springt raus! Zehn bis fünf! Und zieh die Leine! Nö! Kann doch nicht so schwer sein! Oh! Verdammt! Natürlich hat's ein Loch! Oh scheiße! Oh man! Alter Verwalter! Also das ist ja... Fremde wollen mich töten! Die Karte liegt im brennenden Flugzeug! Elena ist weg! Vielleicht auch tot! Fängt ja gut an, Nate! Das hängt wirklich klasse an, ey! Das ist ja... Also... Ich bin... Ich bin sprachlos! Was für... Das ist kinoreif! Das ist einfach nur übergeil! Ohne Witz jetzt! Das ist einfach nur ganz, ganz, ganz großes Kino und ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergeht! Ich hoffe, ihr auch! Wir sehen uns im nächsten Part von Uncharted wieder! Haut rein! Scheiße! Vielen Dank.